Hallo zusammen, mich ist wieder Heutjeler und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute also einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy aus Patch 10.2 und dafür bin ich schon in der neuen Zone, Smartgrüner Traum. Und hier können wir über eine Sidequest ein Spielzeug bekommen. Die Sidequest, die ich jetzt hier gerade fertig gemacht habe, Schläfrige Druiden im Smartgrünen Traum heißt die. Und da gibt es ein Spielzeug für, improvisiertes Laubbett für. Und ja, was müssen wir dafür machen? Ihr müsst als erstes ein bisschen questen. In der ersten Woche des Patches 10.2 könnt ihr ja den Kampagnenfortschritt, halt da sehen wir es, nur bis 4 von 7 abschließen. Und wenn ihr auf 4 von 7 seid und die Quest quasi hier in dem Haupt-Tab in der Mitte abgebt, ist es so, dass ihr 4, 5 Sidequests freischaltet. Die schicken euch in verschiedene Gebiete. Hier ist eine, da ist eine, hier unten musste man einmal hin. Und die Sidequest, die uns quasi jetzt interessiert, die schickt uns hier runter in eine Höhle. Da hockt dann so ein Druid drin und für den muss man ein paar Quests machen. 4, 5 Quests waren das, nicht sonderlich viele. Und die letzte Quest, ja, da müsst ihr ihnen ein Schlaflied vorsingen, ist ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Aber gut, das interessiert uns ja nicht. Sobald wir das gemacht haben, werden wir zurück ins Lager geschickt und dann können wir die Quest abgeben. Heißt, ihr müsst erst die Kampagne hier in dem Gebiet spielen, 4 von 7 und dann könnt ihr hier unten an dem Hub quasi ein paar Quests erledigen. Sobald wir das gemacht haben und zurückgeschickt werden, können wir das wieder hier im Hauptlager abgeben und kriegen einmal unser Toy. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Das scheint auch quasi ein Spielzeug zu sein, das uns schlafen lässt. Und zwar steht da dran, wenn ihr, egal wo ihr seid, Schlaf braucht und hat 20 Minuten Abklingzeit. Also wir lernen das einmal und schauen das Ding mal an. So, das stellen wir auf. Ah, seht ihr? Da haben wir jetzt ein Bettchen und da können wir uns reinlegen. Gut, hat natürlich relativ wenig Nutzen, wie die meisten Toys. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Macht was her. Wenn ihr so ein bisschen RP-Stuff macht, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen von euch was. Gut, mehr ist es eigentlich nicht. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.